Hallo, ich bin der Seat. Ich bin seit fünf Monaten in der Miebeler Kirchen Gleitlager als Endkontrolle und Verpackung zuständig. Zu meinen Hauptaufgaben gehören das Kontrollieren der Gleitlager, aufpassen, ob die keine Beschädigung haben und einpacken. Mir gefällt es, in der Miebeler zu arbeiten, weil ich selbstständig, aber auch im Team arbeiten kann, dass ich jeden Tag etwas anderes zu tun habe und es sehr vielseitig ist. Hallo, mein Name ist Ismira Schneider, arbeite seit elf Jahren in Miebeler, bin mittlerweile Teamleiter, habe aber überall ein bisschen reingeschnuppert, von Anfang an die Endkontrolle, Verpackung, Maßprüfung, habe den zweiten Bildungsweg hier gemacht und bin mittlerweile jetzt Teamleiter. Meine Aufgabe zählt, Leute zu beschäftigen, also Arbeit zu geben und die beschäftigen über den ganzen Tag, auch Stunden. Wir um Leute zu kümmern, Urlaubsvergabe, dass es alles Organisatorische gibt, was wir so machen müssen, sind von den Rüstern, von den Sichtkontrollen bis zu verpacken. Wenn wir Probleme auftauchen, das zu lesen, das sind meine Hauptthemen. Ich biete gerne bei Miebeler, weil Miebeler ist ein tolles Unternehmen, wir tun hier viel entwickeln und neue Produkte zu machen. Die Firma Miebeler unterstützt uns als Familie mit Geld und mit dem, wenn wir Katastrophen gehabt haben, auch mit Wetter, Unwetter oder Corona. Dann die Firma Miebeler bietet die Familien, besonders Frauen, die Kinder hat oder Familienmenschen, Kindergarten. Dann über Sommerferien die Unterstützung. Also ich bin so stolz hier zu arbeiten und ich bin stolz ein Mitglied der Familie Miebeler zu sein. Wenn du ein Team, die Firma Miebeler möchtest, sein, bitte bewerbe dich, wir erwarten dich. Ich bin so stolz hier zu sein.